Der Pirelli Scorpion Rallye STR. Ein waschechter Adventure Reifen, der auch auf der Straße gut kann? Wir haben es für euch im ausführlichen Test auf der Yamaha XS R700 herausgefunden. Hallo bei Bike Reifen24. Heute der Rallye STR von Pirelli im Test auf der Yamaha XS R700 Scrambler in den Größen 120-70-17 und 180-55-17. Schauen wir uns einfach mal an, was der Reifen auf der Straße und abseits der befestigten Wege so kann. Beginnen wir einfach mit dem Trockengrip auf der Straße. Hier muss man sagen, der Pirelli Scorpion Rallye STR ist wirklich ein exzellenter Reifen. Wir hatten am Anfang unsere Bedenken und vermutet, ja, es ist ein grober Stollenreifen. Der wird nicht so gut auf der Straße funktionieren, wird Probleme mit dem Grip haben, wird Probleme mit der Agilität etc. haben. Das ist aber tatsächlich überhaupt nicht der Fall. Wir haben den Reifen auf unserer XS R700 wirklich auch sehr sportlich gefahren, dabei in tiefer Schräglage beschleunigt, den Reifen sogar ein bisschen gereizt und der Grip war immer da. Da gibt es Reifen, die haben auf der XS R700 schlechter abgeschnitten im Hinblick auf den Grip, zum Beispiel auch der Pirelli MT60 RS, welcher ja sogar noch sportlicher sein soll. Diese Probleme hatten wir jetzt beim Scorpion Rallye STR überhaupt nicht. So haben wir permanent wirklich schönen Grip in allen Temperaturbereichen gehabt. Der Reifen wärmt sich schön auf, ist eigentlich aber auch sofort ab den ersten Metern da. Funktioniert sowohl bei niedrigen Temperaturen als auch bei heißen Temperaturen. Und so kann man wirklich sagen, im Hinblick auf den Grip gibt es im Straßen Adventure Reifenbereich aus unserer Sicht keinen besseren Reifen, der eine derartige Trocken-Grip-Performance bietet. Auch der Grip auf nasser Straße hat uns extremst überrascht. Die Silikamischung des Rallye STR bringt hier wohl die meisten Vorteile mit sich. Es ist so, dass wir ihn auf feuchten Stellen im Wald getestet haben, wo es dann durchaus in der Regel mal sehr rutschig sein kann. Und auch hier hat der Rallye STR sehr, sehr überzeugt erbietet. Im Nassen sehr viel Vertrauen und Feedback, so dass man auch tatsächlich sehr, sehr sportlich noch im Nassen fahren kann. Auch hier hatten wir nie Probleme, dass er irgendwie ausgebrochen ist beim Beschleunigen. Auch am Vorderrad hat er immer einen super Grip geboten. Und wenn man dann doch mal sportlich unterwegs ist und dann feuchte Stellen in der Kurve auftauchen, kommt man mit dem Rallye STR tatsächlich einfach nicht ins Schwitzen. Natürlich hat man im Nassen immer weniger Grip bzw. vielleicht ein bisschen schlechtere Fahreigenschaften. Wer aber mit Vernunft und Verstand bei Nesse fährt. Und das dazu auch noch einigermaßen sportlich. Der wird mit dem Rallye STR bestens bedient sein. Man kann ihn wirklich nur sehr, sehr schwer reizen. Und er bietet in allen Lagen super Grip und super Feedback. Also auch im Hinblick auf den Nassgrip ein exzellenter Reifen unter den Adventure Reifen. Wer jetzt meint, dass der Rallye STR zwar auf der Straße gut funktioniert, dann aber abseits der befestigten Wege seine Schwächen hat, der liegt komplett falsch. Auch Offroad bietet der Reifen derart viel Performance, wie man es nicht glauben würde, wenn man ihn mal auf der Straße gefahren hat. Vor allem im Schotter oder auf Feldwegen, also fester Erdboden oder auf Wiesen, performt der Rallye STR einfach nur exzellent. Er bietet dabei auch relativ viel Seitenführung, einen guten Beschleunigungsgrip, aber auch einen sehr guten Bremsgrip im groben Schotter. So hat man hier wirklich ein sehr, sehr vertrauenserweckendes Gefühl am Vorderrad, aber auch beim Gas geben am Hinterrad. Die Offroad Eigenschaften des Rallye STR sind somit wirklich ausgezeichnet. Für Fahrer, die hin und wieder mal einen kleinen Abstecher ins Gelände machen, gerade so auf einer Scrambler oder auf einer Reise Enduro ist das ist das ja sogar durchaus gewünscht und hier ist mit dem STR wirklich sehr, sehr gut bedient. Sobald es dann ein bisschen nass wird oder schlammig, klar, da sind dann seine Grenzen, aber wenn man bedenkt, dass er eine derartig hohe Straßen Performance bietet und auch im Trockenen, auf Schotter, auf festen Böden noch exzellent funktioniert, ist es auch klar, dass man dann Abstriche machen muss in gewissen Punkten wie Grip auf nassen Untergrund, Grip im Matsch und so weiter. Es gibt halt eben keinen Reifen, der alle Bereiche perfekt abdecken kann. Auch die Bremseigenschaften des Rallye STR haben uns von Anfang an vollkommen überzeugt. Er bietet viel Verzögerung am Vorderrad, ein gutes Feedback, exzellenten Grip und das gilt auch bei Nässe. Man kann den Reifen sogar sportlich in die Kurve hinein bremsen, was man ja gar nicht vermuten würde, wenn man dieses grobstollige Profil am Vorderrad sieht und auch hier auf der Bremse wirklich extrem überzeugend ab den ersten Meter. Obwohl wir überwiegend nur sportliche Straßenreifen fahren und keine so großen Fans von stolligen Reifenprofilen sind, sind wir extrem vom Fahrkomfort des Pirelli Scorpion Rally STR überzeugt. Wir hatten am Anfang tatsächlich vermutet, dass er sich etwas unrund fährt, dass er laut abrollt, dass einfach zu spüren ist, dass es halt kein tatsächlicher Straßenreifen ist. Auch das ist gar nicht der Fall. Würde man mit verbundenen Augen auf das Fahrzeug sitzen, könnte man meinen, man sitzt auf einem Sport-Touring-Reifen, man spürt quasi diese ganze Profilierung nicht. Er rollt auch sauber in den Kurven ab. Das einzige kleine Manko ist ein ganz, ganz leichtes Surren, so bei 80 kmh. Ansonsten ist er auch sehr ruhig zu fahren. Auch hohe Geschwindigkeiten machen dem Rally STR überhaupt nichts aus. So bis 150 kmh fährt er sich extrem stabil, neigt nicht zum Lenkerschlagen und ist somit auch im Fahrkomfort in allen Bereichen, wirklich von der langsamen Fahrt im Gelände bis hoch zum Reisen auf der Autobahn. Aus unserer Sicht einer der besten Reifen auf dem Markt. Der Verschleiß des Rally STR ist natürlich immer so eine Sache, kommt immer auf das Fahrzeug an und den Fahrer. Natürlich ist das dann immer unterschiedlich, aber hier möchten wir euch auch grobe Werte mitgeben. Am Hinterrad sind so ungefähr 8.000 km möglich. Am Vorderrad könnten es so zwischen 10.000 bis 15.000 km sein. Wir fahren den Reifen auf unserer XSR 700 Scrambler tatsächlich auch runter und reichen dann die real erreichten Werte auf unserer Webseite in der Hitliste nach, wo ihr übrigens alle unsere getesteten Reifen findet und deren Laufleistung. Was wir aber aktuell schon ganz sicher sagen können, ist das Verschleißbild. Das Verschleißbild des Rally STR ist sehr homogen. Sportliches Beschleunigen, sportliches Fahren macht dem Reifen jetzt tatsächlich nicht zu viel aus. Die Profilflöcke brechen nicht aus, sie reißen nicht arg auf. Lediglich, wenn es dann ins Gelände geht, beziehungsweise auf steinigem Untergrund wie Schotter, groben Schotter, sieht man dann leichte Abriebspuren. Wer aber überwiegend auf der Straße unterwegs ist, der bekommt ein wirklich schönes Reifenverschleißbild geliefert, was wir auch so nicht vermutet hätten. Wir hätten eher vermutet, die XSR 700 mit ihrem hohen Drehmoment reißt mehr die Profilblöcke aus, aber auch das ist tatsächlich nicht der Fall. Also kann man wirklich sagen, auch im Hinblick auf das Verschleißbild, ein sehr, sehr homogener und exzellent entwickelter Reifen. Die Fahr- und Kurvenstabilität des Pirelli Scorpion Rallye STR überzeugt uns ebenfalls sehr. Wir haben anfänglich vermutet, okay, durch das grobe Stollenprofil wird er kippen, wird er sich nicht sauber in den Kurven fahren, die Linie schlecht halten. Auch hier gar nicht der Fall. Man könnte meinen, man fährt ein Sport-Touring-Reifen auf der Straße. Die Stabilität ist extrem hoch. Der Reifen hält die angepeilte Linie, sowohl in langen Kurven als auch in tiefen Schräglagen. Die Kurvenstabilität ist exzellent. Korrekturen sind jederzeit möglich. Es gibt allerdings einen ganz kleinen Einkipppunkt, so ungefähr bei 20% auf der Reifenflanke, da wo quasi die Profilblöcke ineinander übergehen. Da spürt man leichtes Abkippverhalten, gewöhnt sich aber sehr schnell daran und ist dann später auch tatsächlich kein großer Nachteil mehr. Generell könnte man aber meinen, man fährt einen Sport-Touring-Reifen so stabil und spurtreu, wie er sich fährt. Die Agilität des Pirelli Scorpion Rallye STR ist wirklich der allergrößte Pluspunkt. Er lenkt wunderbar ein. Er lässt sich extrem sportlich auf der Bremse fahren. Man kann ihn den Radius reinbremsen, die Bremse loslassen. Er kippt dann auch nicht weg. Er liefert also extrem viel Fahrspaß, fühlt sich fast an wie ein Reifen aus der Pirelli Diablo Rosso Serie. Also extrem sportlich, spaßig zu fahren und wunderbar agil übers Vorderrad. Auch ein Aufstellmoment beim starken Anbremsen in Schräglage ist einfach nicht vorhanden. Zumindest auf unserer XSR 700 konnten wir keinen Aufstellmoment feststellen, was auch wieder die Agilität und das Einlenkverhalten verbessert und somit auch das Vertrauen in den Reifen stärkt und einfach nur reine Fahrfreude bietet. Im Hinblick auf den Luftdruck sind wir den Pirelli Scorpion Rallye STR mit dem Serien Luftdruck gefahren. Yamaha gibt hier an 2,25 an der Vorderachse und 2,5 an der Hinterachse auf der XSR 700 X Tribute Scrambler. Und das haben wir auch eingefüllt und im Straßenbetrieb müssen wir sagen, hat wunderbar funktioniert. Wir hatten hier gar kein Bedürfnis, das irgendwie noch anzupassen. Der einzigste Punkt, wo man dann sagen könnte, okay, im Gelände muss man vielleicht ein paar Anpassungen vornehmen, aber für die kleinen Feldwege und kurzen Strecken auf Gelände, die wir in unserem Test zurückgelegt haben, hat der Druck eigentlich auch wunderbar gepasst und im Endeffekt fehlen uns hier auch ein bisschen die Erfahrungswerte. Wir sind nicht so wie großen Geländefahrer, eher mehr auf der Straße unterwegs. Aber wie gesagt, der Seriendruck hat für uns im Test wunderbar gepasst. Nun, jetzt habt ihr ja bestimmt schon festgestellt, okay, wer hat jetzt hier nur Gutes über den Reifen gesagt. Was gibt es denn für Alternativen? Ganz ehrlich gesagt, aus unserer Sicht, für den Straßeneinsatz auf eine Scrambler, auf einem Reise-Enduro-Motorrad gibt es keine Alternative, die vergleichbar gut in diesem Einsatzbereich ist. Man muss hier einfach sagen, die Optik des Rallye STR ist wirklich brachial, sieht sehr, sehr stolig aus, kommt auf eine Scrambler richtig gut, kommt aber auch auf einer Enduro richtig gut. Also hier würden wir schon mal gar nicht zu einem anderen Reifen greifen, wenn es nur um die Optik geht, weil er sieht echt gut aus. Im Hinblick auf das sportliche Fahrverhalten auf der Straße gibt es aus unserer Sicht auch nichts Vergleichbares oder Besseres. Der Nassgrip ist super, die Laufleistung ist exzellent. Was möchte man denn noch besser haben, ist die Frage? Prinzipiell nur sehr schwer zu erreichen. So spontan fällt uns hier ein Pirelli MT60 RS ein, der ist aber wieder mehr auf den Straßeneinsatz ausgelegt, viel weniger geländetauglich und hat auch in unserem Test nicht so gut abgeschnitten. Dazu gibt es ja schon ein separates Video oder auch nachzulesen auf unserer Webseite bei greifen24.de. Und daher würden wir einfach sagen, der Rallye STR ist aus unserer Sicht und für unsere Ansprüche einfach alternativlos in dem Segment. So, dann fassen wir den ganzen Test noch einmal kurz zusammen. Was hat uns gefallen, was hat uns nicht gefallen? Beginnen wir mal mit den positiven Punkten. Bei den positiven Punkten gefallen hat uns vor allem der Trockengrip, der Nassgrip und die wirklich, wirklich agilen Fahreigenschaften bei hoher Stabilität. Auch der Fahrkumpfor ist ein Punkt, der wirklich überzeugen kann für so einen Stollenreifen. Und die Optik spricht natürlich vor allem auf einer Scrambler richtig für sich. Also tatsächlich viele Punkte auf der positiven Seite. Was hat uns nicht gefallen? Ja, muss man ganz ehrlich sagen, es gibt nichts. Am Rallye Scorpion Rallye STR hat uns tatsächlich überhaupt nichts gefallen. Wir wüssten nicht, was wir bemängeln sollen. Der Reifen ist einfach ein super Gesamtpaket und funktioniert in allen Lebenslagen gut. Gerade wenn man so im Bereich 80 Prozent Straße, 20 Prozent Offroad oder 70-30 unterwegs ist, sind wir der Meinung, dass man mit dem Pirelli Scorpion Rallye STR wirklich bestens auskommt. Der Pirelli Scorpion Rallye Scorpion Rallye STR ist bei uns im Shop in allen gängigen Größen zu Bestpreisen verfügbar. Und wir wünschen euch jetzt noch eine schöne Motorradsaison und viel Spaß auf der Straße und abseits befestigter Wege. ziemlich schön. Untertitelung des ZDF, 2020